Hallo und herzlich willkommen Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Ops Diesmal der Zombie-Modus Andreas hat wahrscheinlich ein bisschen früher angefangen Weil ich gerade den falschen Knopfgeräusch drücke Aber sowas von Ja, ich habe später angefangen Aber kein Problem Vielleicht schneidet er das auch Naja, wir spielen Zombies Und wie halten sich deine FPS-Zahlen? 31, also 35 Ganz easy peasy, Junge Ich habe 20, aber das geht auch Ja, und Außer wenn es später Zombie-Worn und so kommt Ja, dann wird es wahrscheinlich schwieriger Aber ich finde hier keine Zombies Ich habe... Alter Alter, was bist du für ein Noob? Bei mir hat es gelegt, sorry Oh, krass Ich bin mit 40 Leck mich Okay, 30 Äh, ich öffne das hier Oder wo ist die Küste? Entschuldigt, wenn es bei mir ruckelt, aber... Ja, geht, keiner Aber... Wo du auch gerade sagst? Den war geil Ey, wer bin ich? Ein Mann-Mann-Zug James Bond Äh, shine bright like a diamond Schreibt Linus Aber sowas von Hallo, ich will... Dich... Warum? Ich bin so schlecht gerade Du bist allgemein Ich bin nicht Der Beste, weiß ich Ich finde dich nicht Hallo? Ja, ich finde dich, aber ich meinte, du warst irgendwie... Alter, du bist ja wirklich auch im Anzug Ja, bin ich? Ja, repariere, ich töte hier jetzt noch nichts Alter, wir... Ja Such dir mal... Such dir ein neues Thema aus, außer ruckeln Ruckeln! Alter! Ich liege! Warte, glaubst du, es wird irgendwann Zombies geben? Ja Der Erste wirst du sein Du wirst der Erste den nicht umbringen Ja Es freut mich doch, das zu hören Scheiße Oh, willst du mich verarschen, Junge? Was ist denn das hier? Ich bin scheiß dran Ich glaub... Ich glutsche hin und her Drücke nichts und... Ey, wie hütt der jetzt? Ja Junge Kannst du den Pfeilen nicht folgen, Junge? Doch, aber hier sind überall Zombies Ja, komm, lass uns dann lieber zusammenwohnen Warte mal eben Sauber Jawohl Ey, wenn du die M1911 updatest, dann bekommst du so ne geile Waffe Ja Ja Schön für dich Ich hol mir Ich hab mir schon geholt Ja Hihihihi Merkmann Sniper Besser als nichts Doch, ist... Ist doch schlechter als etwas Shift ist Umschalt Wüsste ich gar nicht Nein? Nein Ich dachte, das Schiff wäre... Uh, Revolver Aus dem Weg Ich muss hier etwas erledigen Zwei nicht weg Wieso treff ich den nicht? Weil du schlecht im Zielen bist, vielleicht Lol Hier kommen Zombies rein, ne? Ja Das ist deine Schuld, nicht meine Okay Holst du dir Juggernauts? Lol Verarschen Wie denn? Ich hab nicht mehr genug Geld Wieso bist du eigentlich nicht mehr hier oben? Weil ich... Äh... Swag up? Ja, reparier das mal Ja, ich wollte jetzt eigentlich die Schuld auf dich schieben, aber du merkst das ja nicht Ja, ich weiß Ich hab doch gesagt, weil ich Swag up Julia, komm, lass uns lieber zusammen rumlaufen Wieso treffe ich den nicht? Weil du schlecht bist Immer noch Ach so, weil ich immer daneben schieße Genau, das wusste ich gar nicht, Andreas Ja, weil du schlecht bist Alter Wollte der hier nicht sterben Meine Erlaubnis zum Sterben hast du Ja Sicherlich Achso, du hast es schon da gebaut Ja, weil ich war Ja, ich bin da... Ich weiß, wieso, was soll ich bauen? Ja, ich will mir gerade eine neue Waffe holen, Junge Ernsthaft? Ja, vielleicht wird es ja was Gutes Äh... Ich update übrigens den Revolver Ich hab einen Revolver bekommen, aber ich wollte sagen, ich update die M1911 nicht, wollte ich sagen Nee Ich hab den Revolver jetzt genommen Das freut mich doch Ja Ja komm, ich öffne die Jagern-Autentür Ja? Jo Oh, ich hab nicht genug Geld Ja, ich hab's auch nur erwähnt Geh mal zur Seite hier So wird das gemacht Oh, scheiße Was hast du für ne Waffe? Für Volver, die Python, die ist voll geil Ich hab die Execute... Execute-Tuna oder wie er heißt Der Neuwertige aus Ich find den ich jetzt hab voll geil Ich mag den auch, den, der mit Holz, ne? Jo Ich bin ein Cowboy Und ich bring die Geprächtigkeit in die Stadt Alter Alltag Es sind hier viele Ich werte, wir werden es nicht mal bis zu den Zombie-Horden schaffen Nö, ich glaub nicht Wenn du jetzt schon stirbst Sauber Du kannst hier alles machen Wie teuer sind die Zombie... Äh, wie teuer ist denn Jagern-Autentür, Mann? 2500, glaub ich Wow! Schneller, Tommy, schneller Oh Gott! Hast du schon mal ne Sniper geupdatet? Nö Um ehrlich zu sein, find ich das scheiße Ich auch, aber vielleicht hat die So einen, äh, Zielpunkt wie bei Left4Dead, weißt du? Wo man, wenn man stehen bleibt Nur treffen kann Das war geil Bei Left4Dead ist das nicht Doch, bei Left4Dead, wenn du da den Sniper nimmst Und stehen bleibst, dann ist der Punkt genau dort, wo du hinschießt Der ist nicht irgendwie größer oder so Oder vielleicht einfach gar keinen Punkt Das wär auch voll geil Ähm, würdest du ja... Ja, sowas meine ich ja Das ist bei Left4Dead so Das kann ich nicht beurteilen Auch weil ich die ganze Zeit Instantkill mache Bekomm ich keine... Und ich geh in so viele Punkte Oh, da kommt noch einer raus Jetzt sollte ich mir in eine andere Waffe ziehen gleich Okay Es wird Zeit für den Revolver wieder Oh Nein! Wo ist denn F? Wo? Ich hab die F-Taste nicht gefunden Nein? Nee Das denn nicht Weil die irgendwo versteckt war Das ist die Shooting Star Milchshake Bar Da siehst du, da kommt ein Licht raus Und da ist eine Bar Verstehst du? Nee Guck mal hinter dir Ja, ich versteh's Achso Ironie Ach, die Easterkill ist weg Alter, ich hab'n Triple Kill gemacht Juggernaut, ich komme Ja schön Ich sitz hier mega unbequem irgendwie Ich würd erst mal gucken müssen Was ist der 2.500? Jo 2-5 Dachte ja noch mal Glück gehabt Stattdessen, dass du Barrieren oder so zusammenbaust Achso, Barrieren zusammenbauen Mach' ich Ich mach' doch Barrieren zusammenbauen Ja? Ja Ich glaub' nicht so viele wie ich, oder? Äh, doch bestimmt Okay Sniper ist hier eigentlich voll pro Naja, pro nicht, aber Ist hier eigentlich voll geil Weil die Zombies mit einem Schuss umfallen Aber man bekommt nicht so viel Geld Ja, ist eigentlich egal Gott Im Moment Ja Ja, und wir werden, wie gesagt Beide umbekommen Das ist auch schon mal ne geile Idee Find ich Jetzt kann Andreas nehmen Jetzt kommt ihr bei Andreas zu gucken Falls ihr ihn besser findet Scheiße, wieso hab' ich die Tür zugemacht? Das weiß niemals Ähm Du musst doch gucken, wenn jemand die Treppe hochkommt Nein, Spaß Hä, hier kann man keine Türen zu machen, oder? Weiß ich nicht Da Oh Später muss man mit dem Revolver ganz nacken Jo, noch Punkte abgesahnt Ich hör mir gleich den Juggernauten Ja, würd ich immer machen Ja Und den Grabstein Der Grabstein weiß ich gar nicht Der Grabstein ist gut Ähm, dann musst du dich sterben Stimmt Ja Ja Die Sterben sind nur um Ja Da ist Sachen zu er Dabei Ja, also wenn man am Boden liegt Und dann F drückt, glaub ich, ne? Da hat man seine ganzen Sachen immer noch Jo Juggernaut Ich bin voll geil, wenn er so Er trinkt ne Flasche und das ist Juggernaut Das heißt, irgendwie Drogen oder sowas, oder was? Ja, alter Punkt Juh Ja Hab ich uns geholt, ne? Jo Interessiert mich aber grad nicht Also klar Ja, wer soll ich das sonst geholt haben? Ganz ehrlich Boah, Doppelkill Die brauchen zwei Revolverschüsse schon Nö, bei mir noch einen, wenn ich ganz nah rangeh Bei mir Ich mach sogar Doppelkill Oh, stimmt, die brauchen noch einen Wir sind auch erst bei Runde 7, also Ja Um ehrlich zu sein, ich hab gedacht, dass das mehr ruckelt Maximale Munition Und du? Was? Ich hab gedacht, dass das mehr ruckelt Ich auch Ich mach, ich hab schon wieder Doppelkill gemacht mit Sobald war Ja, ich hol mir den Grabstein Mach das Wie viel kostet der? 2000 Dann hol ich mir den auch Wie viel Geld hast du? Danach hol ich mir Speed Stimmt, Speed braucht man Sonst ist man voll nicht auf Droge Ja Ich bin so schön verstanden Achso, wenn ich am Boden liege, darfst du mir nicht aufhelfen dann Ja Du mir auch nicht Ich helfe dir sowas von auf Nein Wenn man dann aufgeholfen wurde, hat man dann kein Grabstein mehr, oder? Nö, gar nichts hast du da mehr Runde 8 kommt jetzt, oder? Ja Ja Ja, nach 7 kommt 8, Andreas Ist doch so Ja Wieso kann ich nicht mehr rennen? Ich brauche dringend 5000 Ich hol mir jetzt ne neue Waffe gleich Hast du denn noch die M99-Wessen, ja ne? Ja Ich abdeckte die auf jeden Fall Ja Scheiße Alter Verarschen Ey, hast du mir grad geholfen? Ja Dankeschön Ne, es gibt hier noch mehrere Sniper, weißt du? Ja, woher soll ich das denn setzen? Ach nee Insta-Kill Insta-Kill Geil M90-11 rausholen und dann Ich mach Messern Stimmt Oh, das ist auch geil Oh ja Komm, komm, komm her Nein Jo Oh Oh Bevor Insta-Kill weggeht Scheiße Ich hab drei Ich hab doppelte Punkte Doppelte Punkte Sauber Bevor Insta-Kill weggeht Äh, nee Doppelte Punkte weggeht Ich hab voll daneben geschossen Und der Zombie ist gestorben Ja, ich hab davon schonmal gehört Was? Dass man daneben schießt und trotzdem Zombie sterben Hast du schonmal von gehört? Wirklich jetzt? Oder? Das war Spaß Ne, ich dachte, kann ja sagen Ja Hören tut man viel Okay, ich hab die Dingsons aufgemacht, die Bank Für den 3000 brauch ich Du kannst dir schon den Speedhump holen Ja, mach ich nicht Erst wenn ich mir den hole, vielleicht? Nö, nö Boah Nun nachhole ich mir den Taser Schlagring Ich will meinen, ähm Dingsons upgraden lassen Ich hab 4100 160 Pardon 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 Die Fall Na, besser als das Sniper glaub ich Eigentlich ja nicht, aber Was ist das? Äh, das ist Ja, so ne Art Schrotflinte Das ist besser als ein Sniper Die hat einzig Schuss Aber ist, äh Kann so schnell schießen wie ein Maschinengewehr Wenn man schnell genug drückt Ach so Also so Keine Ahnung, wie man schreiben soll Auf jeden Fall bekommt man mehr Punkte Weil man mehr drauf Mehrmals auf die Zombies schießen muss Alter Hinter dir Hinter dir Alter, ich bin komplett rot Loll Oh Hier Noch ne andere Waffe Alter, brauchen die jetzt zwei Schüsse? Nö, ganz nah Oh scheiße Ja, wollte ich dir grad sagen Du hast geredet Oh fuck Oh fuck Ich will nicht sterben Okay Choo Choo Motherfucker Ey Julian, kommst du mit meine Waffe upgraden lassen? Nö, das kannst du selber machen Nö, nö, nö Oh, da sind überall Zams Ich- Scheiße Idee Ja, die sind überall Überall wie diese Mexikaner Ja Schreiner Schreiner Sauber Ist meine Waffe wieder da? Der braucht jetzt zwei Schüsse mit dem Revolver oder? Oho, guck dir das jetzt mal an Zwei Schüsse mit dem Revolver Ja Schau dir das mal an Wo ist denn so ein Kackzock M1911? Ne Mach nicht Wenn du die auf die Köpfe knallst, ähm, dann verlieren sie Naja, dann explosieren die nicht Lass mich mal ne Zombie-Masse anlocken Das wird richtig geil Die schießt du grad kleine Mini-Granaten ab, sagst du? Welche denn? Wie? Wie heißt dann? Du musst sagen, ein Sammy Mhm Den Affen, oh man Der Affe ist gut mit Zombie-Massen Ja, aber Junge, du musst rauskommen Gleich Schmier-Sniper Wo bist du denn? Ja komm, guck Ja, wo bist du denn? Draußen Ja Lol Das macht dir aber Mist Wo? Sorry, ich hab grad keine Zeit, ne? Jo, das ist in Ordnung It's okay, Berges Was war denn hier in der Wa- Entschuldigung, jetzt ist die Kiste zu, oder was? Wieso das? Ne, die Kiste ist zugegangen und da war noch was drinne Wow Scheiße Okay Revolver auf jeden Fall weg Wieso? Ich mag Revolver pocket, zwei Schuss Ja und? Oh scheiße Außer wenn du, doch, wenn du nah ran gehst ebenfalls Komm, lad nach, lad nach, lad nach Ah, super Ist doch geil Ja, eigentlich schon Du musst dir in die Hälse ballern, Junge Oh Oh Der hat mich Der hat mich Okay Ich, ich schieße mit der Bazooka und springe aus dem Fenster Geil Jo Was hat die überleben das? Lass mich das mal machen Lass mich das mal machen Sorry, Björn Peres Die Töter die Töter die Töter die Schwachen Wieso Woran zu können Jetzt sind die Hälfte Los, los, los Ich brauche eine neue Waffe Verdammte Scheiße Verdammte Scheiße Soll ich die RPG behalten oder nicht? Ja Bei Zombie-Master ist sie super Dann muss ich den Revolver für eine andere Waffe eintauschen Wenn eine gute kommt Wie teuer ist es nochmal? Ähm Schnelles Nackler Wie viel Wie ist der Todbringer Nicht der Todbringer sondern Kriegsmaschine Nicht gut, oder? Komm, wir fahren Ne Drei Schuss auf Entfernung, ey Womit? Revolver Nuke Was soll das denn? Trotzdem, was war das denn? Das war ein Nuke Achso, das waren meine Mustang und Sally Maximale Munition, habe ich gehört Aha Maximale Munition Joon, Joon, Joon Ich hoffe, meine Mutter ruft mich nicht So sollte sie Dann mal jetzt wirklich Ja Okay, ich trinke Tempo Auf Wiedersehen Alter, drei Schüsse im Nahkampf Selbst aufm Kopf Oh fuck Oh scheiße, scheiße, scheiße Mit was denn? Revolver Ich brauche zwei Schüsse Ich brauche zwei Schüsse Immer noch Ja? Ja Freut mich aber Das Blöde an der Mustang und Sally ist, dass die Naja Mir selber Schaden macht Ja, machen sie Ja, wenn ich zu nah an den Zombies ran schieße Kann man die Andreas, ich lasse mal eine Gratate zu dem Ähm Zu den Tresor Ne, er geht nicht auf Wie bei Transit, weißt du? Ich weiß, wie das bei Transit ist Ja, kann ja sein Dass du es doch Äh, irgendwie Ey, soll ich sagen, was das Geile ist? Ein Schuss auf ein Zombie mit Revolver Und dann Messern, sofort tot Ja, stimmt Wo ist die Karte? Die ist dort hinten Achso Guck in den Himmel Ja Aber ich schaue nicht mehr zurück Ja Ich hab, bin zuerst Ja, du dumme Boofer, ey Soll ich die gegen Revolver? Was ist das denn? Die Kapp 40 Soll ich jetzt gegen Revolver Ja, mach doch Ach das, die Diese Schnellschuss? Ja Okay, du musst die Stellung eben selbst halten, ne? Ja Hab ich schon irgendwie Ich hab ja meinen Raketenwerfer Wir brauchen unsere Hütenwerfer Mach Sniper Fick dich Wie dröckelt das jetzt so? Das ist mal scheiße Alter Geh weg Scheiße, helf mir Danke Hast du überhaupt nicht Juggernauts? Doch Wieso? Ne, ne, ich hätte jetzt gedacht Sauber Ja Ich brauche eine andere Waffe, ich hätte gekappt Die Position ist sogar schon fast, ja Das geile ist, hier gibt es geile Mutter Ja Ja Ja, die SMR Die hat den größten Schaden im Multiplayer Ja Pass auf ein Oh, die macht Instant Kill Ja, weil grad Instant Kill ist Fuck Das Ist ja irgendwie logisch Oh, die macht Instant Kill Komm, bitte ne gute Waffe jetzt Wieso braucht die jetzt? Ich brauche mega viel Schuss Ach, Kriegsmaschine, passt schon Alter, ich brauche fast ein ganzes Magazin für so'n scheiß Zeug-Zombie Nächste Waffe Geh weg, ich mach das schon Ach, weiß was Ich tue mir jetzt ne Waffe Oh Mann Ach, passt schon Ey, die macht mir auch Schaden Hier gibt es Zen-Tags Jawoll Five-Seven-Duel Die, die pimpen ist richtig geil Ja? Ja, richtig geil Will ich als nächstes pimpen Pimp my, Pimp my Gun Geil Ja Die Spawn-Orte sind manchmal so unglaublich hier Was meinst du damit? Wie kann ich manchmal nicht schießen? Jo Ich weiß es nicht Pimp my Gun, Berries Hinter dir Jo Woah Alter Nuke Fuck Alter, waren doch vier Zombies Ja, ist weh Sauber Ich brauche ne neue Waffe Warte, was? Hast du schnell nachladen? Habe ich schon Ich nicht Ich hab Grabstein, Juggernaut und schnell einen ab Ja, ich hab die Fall Ja, die ist nicht gut Ne? Mehr Stimmt Was? Scheiße Ja Okay, ich hab schnell nachladen Ah ja Ich brauche ne neue Waffe Die Fall Warte, was kann man sich hier alles holen? Was nützlich ist? Schlagring Ich weiß nicht, ob ich mir die RPG behalten soll Ja, behalte die RPG Die ist gut Punch kostet 5000 Ja Man muss ich warten Ich hol mir wieder ne neue Waffe Wir sind schon bei Runde 13 Ja, ja Ach, Sniper Nehm ich mal Nehm ich mal Mö Mach dir immer noch einen killen hier, ne? Nö Wie viele Schüsse brauchst du pro Zombie? Wenn du nicht daneben schiebt Wo? Alter Ähm Was? Keine Ahnung 2, 3 Oder 5 2, 3 2, 3 Ok Zombies Ich brauche direkt ein bisschen Kohle Wieso? Ähm Also wofür brauchst du den Schlagring? Nö, neue Waffe So, ein Sniper, ne? Sowas von Also du hast jetzt einen Sniper, meint ich damit, oder? Du willst eine andere Waffe Alter, komm her, muss damit, Sally Verschwindet von mir und Tote Boah Dren Abladen Scheiße, wir... Die lassen mich zu mich damit, die machen schon nicht weg Die kackeln einen richtig ein Mann, sieh mal schon Alter Wollen die mich verarschen? Scheiße, meine Munition ist leer Eine Frage Laden wir das als Ganzpart hoch, oder? Ich denke mal Scheiße, Mann Geh weg, geh weg Los Ich geb dir Rücken runter Rückkehrentdeckung Maximale Munition Maximale Munition Alter, wie viele sind denn jetzt schon wieder? Mal drei Stück Alter Die läuft schon wieder ohne Kopfbrecher Okay Äh, lass mich sterben Ja Ich geb dir diese Wanderung wieder Toll F halten bitte die Zombies nicht füttern Ja, ich bin tot Renn einfach, renn Ja? Ja, ja Wechsel zu anderen Waffen, welche ist das? Die, zwei händig Ja, benutzen sie Zur nächsten Runde brauchst du, ne? Ja, ja Also sterb nicht Boah, ich sterb schon schön für dich Wenn du was machst, dann bist du dran Die kannst du messern Ja Ja Oh, doch nicht Pass auf, sterb nicht Ich hab noch übelst viel Leben Ja, übelst viel Leben Ja, dann bin ich tot Wie ist das denn jetzt passiert? Neben dir vielleicht Mal gucken Ich hab das bei dir auch eigentlich, wenn du zu guckst Oh, ich bin drin Ja Oh, ich hab keine Waffen Und ich bin tot Ich hab gar nichts mehr Hä, wieso das denn? Ich hab da auch den Grabstein Andreas, wie kommt man nach Dresden? Weiß ich nicht Wer fragt das? Dresden Linus Ich hab keine Ahnung, wie... Oh, hier ist dein Grabstein, hier musst du erst hin, Andreas Ach ja, stimmt Ich würde dann auch erstmal hingehen Ich hab vergessen, wie das geht Ja, trotzdem würde ich jetzt hingehen, schnell Sonst wäre schnell Ich bin Ich bin Das hast du schon? Ja, ja So Kackert wird nicht so in die Kosse Ey Okay LOL Neben mir Okay Du ja Ringe in den Arsch Und drehst den Keine Ahnung, Linus, was du meinst Okay Okay Ich werf mich grad nachzu Einfach mal Ich werf ein Drehding Ich werf ein Drehding So ein Dreh Werf Affen? Hab ich schon Ich brauch nen Grabstein auf jeden Fall Ich bin in der Bank Ich bin ebenfalls in der Bank Komm Scheiße, wieso 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 Kann ich mich irgendwie laufen? Sauber Jawoll Ich hol mir nen Grabstein Oder wie kann ich das ja? 2000 Den Grabstein behältst du also nicht? Ich hab mir einen neuen gekauft So Komm, neue Waffen, neue Waffen, neue Waffen Warte, Mann Ach, f*** doch ich doch Tänne war Wieso kommen hier wieder Zombies? Ich weiß es nicht Weil wir vielleicht Zombies spielen Ja, aber wir haben doch grade ne Runde abgeschlossen Ich hab meine Waffe übrigens gepanscht Welche? Äh, die Küssel Ist die wieder da? Ja, die ist da Nee, noch nicht Ist die wieder da jetzt? Alter Hallerst du vor dich Keine Ahnung was die da ist Wieso Ist die weg auf einmal? Nein, du musst hin Ja, wenn du zu lange brauchst, bestimmt Was? Was ist das denn? Bewegt sich das immer so? Was ist das? Ich hab nicht lange gewartet Ist die jetzt wirklich weg? Keine Ahnung, geh hin und guck Ich kann da nichts abmachen, ja Ja, ist die wahrscheinlich weg Das ist kacke, ich hab kein Geld mehr Nur noch diese Raketenwerfer Ich behalte nicht meine M- äh Hättest du doch nur auf mich gehört Was denn? Und die M- 1911 behalten Nee Ich bin gleich tot, ne? Okay Soll ich dir helfen? Nee Ich weiß nicht, ob ich sie überlebe Scheinlich nicht Alter Lass du den einfach abschießen Hab ich doch, das sind Granaten, Junge Ja und? Was? Wo? Alter Pass auf Erstmal eine Granate hinterher Hast du diesen Affen nicht? Nö Sterben ist für Looser Du hast eine Waffe weg Du kacke What the fuck Alter Rentenschlampe Oh, keine Munition Pitch Perfect, ey Hast du keine andere Waffe? Du brauchst einen einfach Lass Munition Ja Fress das Was? Oh Der gibt mir übelst mit Was ist das denn jetzt passiert? Ich wurde selber getötet Oh mein Gott Ich fahr dreimal? Ich fahr viermal im Boden? Ja, ihr könnt es mir vorstellen, aber nicht Hey Okay Okay Ja, danke fürs Zuschauen für diese Runde, ne? Und haltet euch wacker auf dem Taka Oh mein Gott, der war schlecht Ja, war er Okay, bis nächstes Mal Ja, bis dann, tschüss